so und herzlich willkommen zu einer let's show play zeigen gedöns zeug wartet mal zu laut so und zwar wollte ich heute mal kein gewitter zeigen sondern was jeder lesen könnten und eine villa mit bzw mein hausch was ich hier auf dem server habe beziehungsweise gerade baum mit ein paar anderen darunter auch ein paar abonnenten und ja willkommen in meinem reich nee sag ich mal die villa ist komplett leer geräumt noch weil einfach und so ich weiß nicht was ich hier in bauen soll also bislang noch nicht weil ich ja nicht alleine wohne und so und ja ihr seht hier immer noch alles im bau was machen die denn jedenfalls alles im bau wie gesagt und ja also soviel kann ich im moment nicht machen mit dem ding so sieht das halt von außen aus hat ungefähr einen wert welcher größer als 100.000 cardis ist also cardis sind hier die währung und ja eingeregt mich das auf so jetzt haben wir zwar gar kein sound mehr aber ist ja eigentlich auch nee ich könnte ja mal eine sache machen und zwar auf zwei und dann so jetzt hört man wenn das ist eine sache und zwar den wind will ich aber auch nicht hören ja so müsste es gehen jedenfalls ich bin in einem haus da sollte kein wind sein jedenfalls ist das jetzt hier mein haus und ja ich schreibe auch unten das in die beschreibung rein wie das server heißt koordinaten seht ihr im moment ja und ja ich wollte schon mal sagen dass in den nächsten tagen ich erstmal wieder kräftig aufnehmen muss damit ich wieder was raushauen kann und ja nur dass ihr schon mal vorgewandt seid dass ich erstmal wieder das aufnehmen muss deswegen hatte ich da eigentlich eine tür drinnen und das wollte ich jetzt nicht naja noch irgendwas zu besprechen achso ja es wird erstmal kein anderes spiel kommen außer minecraft denn es gibt rechtliche probleme und so weiter aber das ist ja eher nicht eure sache sondern meine die ich hier klären muss und ja ich dass ihr euch wundert dass irgendwie nichts kommt und sowas egal ich hatte noch was auf vorrat aber das kann ich nicht hochladen wegen den problemen und sowas gerade mit youtube und ja also falls euch irgendwie was einfällt was ich in minecraft machen könnte könntet ihr mir das ja gerne mal erzählen und ja gab es noch was außer minecraft mein haus und sowas glaube ich erstmal nicht ne gab es nicht also nochmal kurzer hinweis wie er am schnellsten hinkommt w wolfram ich kann das ja kurz demonstrieren wolfram zugeschrieben einfach ok drücken und dann müsste ich hier einfach geradeaus raus dann nach links und schlenker einschlagen dann nach rechts dann einfach ich hier raus lauf ich oder gehe ich achso ich gehe ja raus und die leiter die extra für die villa gemacht wurde rausklettern und hier drauf und dann seid ihr halt schon da naja also ich würde mich über euren besuch freuen ihr könnt mir auch mal eine nachricht schreiben wenn ihr wollt ja ich bin hier und zeig mir uns was ich zeig euch gerne auch das andere Haus was ich jetzt nicht unbedingt zeigen muss weil es halt viel viel kleiner ist als das und man halt nicht so viel davon sieht naja ich würde sagen danke schön fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video bis dahin ciao ciao